Das ist ein schöner Name. Wie geht es dir? Mir geht es gut. Und dir? Das freut mich. Mir geht es auch gut. Studierst du? Ja, genau. Schön. Was studierst du denn? Ich studiere den Bachelor Anglophone Studies. Ah, interessant. Es hat mich sehr gefolgt, dich kennenzulernen, aber leider habe ich jetzt keine Zeit mehr. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.